Musik 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 Bist du eigentlich behindert? Musik Ey, was ist das, Junge? Da kannst du nur durchschießen. Ja, da kommt er. Zieh ihn doch. Musik 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 Achtung, ein feindlicher Schiebogen in unserem Einsatzkivilgerät. Ja, so weit kommt es noch. Fahr, Junge, fahr! Du fährst in die falsche Richtung. Achtung, in unserem Gebiet ist ein feindlicher Sniper. Und mit äußerster Vorsicht weiter... Oh, die haben ab und zurück. Oh nein, wir hatten erfasst. Nee, jetzt nicht. Du hast es erfasst. Nein, voll nicht los. Fahr da raus, nein. Ich bin schon ausgestiegen. Ja, und... Willst du mich verarschen? Nein! Nimm die Flagge, Mann. Die liegt da rum. Der Typ ist auf dem Dach. So richtige Ruhe und so. Hat er dich? Jetzt Tu... Hau rein, Mann! Ja, der Sack mit dem... Alter. Nein. Weil da noch ein Spast ist. Ich weiß auch nicht, warum das nicht klappt. Junge, lauf da jetzt hin, du Vollidiot. Alter, der fährt jetzt ernsthaft auf dem Moped. Was macht der Sack? Ich glaube, der rafft nicht, dass er die Flagge hat. Ich jetzt die Flagge rein, du Wichser. Alter, der ist doch so behindert mit der Flagge. Guck mal, wir könnten auch gewinnen. Aber nein. Das ist jetzt, wer hat jetzt gewonnen? Haben wir gewonnen? Warum haben wir gewonnen? anger. Ich weiß nicht, warum wir damit noch sollen? Bis zum nächsten Mal.